Herzlich willkommen zu diesem, das müsste jetzt der siebte, da sind wir mal gucken, ja, der siebte Podcast aus der Zeilensheim-Reihe, Zeilcast, jetzt mit Steffen Rebricht, sprichst du dich aus, oder? Genau, richtig, Rebricht, jawohl. Hallo Steffen, ich freue mich total, wir hatten jetzt gerade schon ein ganz kurzes Vorgespräch, wo wir so ins Quatsch gekommen sind, weil wir so viele spannende Themen haben, die wir miteinander teilen. Ich deute das mal ganz kurz an, dein Vortrag in Zeilensheim hieß, systemisch endlich verstehen für Selbstcoaching, Coaches, Berater und Führungskräfte, das alleine schon mal ein spannendes Thema. Dann bist du, ich habe es gerade gesagt, der erste echte, lebendige Thealer, den ich so in voller Pracht und Größe als Gesprächspartner habe, was mich total freut, wegen der Psychografie, habe ich dir auch gerade gesagt, auf der ich sehr viel aufbaue. Und jetzt haben wir auch noch im Vorgespräch gemerkt, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft haben, nämlich die Methoden, die wir lehren, auch im Alltag, auch gesellschaftlich und politisch anzubinden, dass wir das in einer Stunde schaffen, ist quasi auszuschließen. Aber ich glaube, es wäre toll, wenn du erstmal ein paar Worte sagen würdest über dich, wer du bist, wo du herkommst. Ich war gerade schon beeindruckt, was du alles gelernt hast. Bühne frei für dich. Jawohl, danke dir. Ja genau, also ich bin Steffen Rehbricht, wohne in Magdeburg, wieder könnte man sagen. Ich war auch lange Zeit weg, bin aber auch gebürtiger Magdeburger, habe nach dem Abitur elf Jahre Führungskraft bei der Bundeswehr, bei den Fallschirmjägern, wo ich mir einen anständigen Schliff geholt habe. Das habe ich irgendwie gebraucht in jungen Jahren. Heute sehe ich doch die Bundeswehr eher kritisch tatsächlich. War dann noch zwei Jahre danach zur Resozialisierung auf Weltreise, würde ich es mal formulieren. Und habe NLP ja tatsächlich während der Bundeswehrzeit kennen und lieben gelernt. Ich hatte damals, war ein relativ harter Knochen, könnte man sagen, und relativ fühllos und war irgendwie auch unglücklich mit mir. Und bin da auf das NLP gestoßen, was mir unheimlich viel geholfen hat vom NLP. Sorry, wenn ich einhacke, aber nicht innerhalb der Bundeswehr, oder? War ich unglücklich? Nee, nee, also ich habe mir, nein, 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 nebenberuflich habe ich dann die Weiterbildungen gemacht im NLP. Weil ich hätte, ich habe gerade gedacht, was, die Bundeswehr bietet NLP an? Ich wäre ja dahingeschmolzen gerade. Das wäre, das wäre traumhaft. Nee, nee, aber ich habe tatsächlich Bildungserziehungswissenschaften über die Bundeswehr studiert. Das bieten sie nämlich an. Und da, also in diesem Pädagogikstudium, wo ja dann auch zivile Lehrkräfte sind, bin ich da auf die, auf diesen NLP-Fahrt gewandert, genau. Und vom NLP bin ich dann zur Transaktionsanalyse gekommen, die das Thema Haltung vor allen Dingen fokussiert. Zu der Zeit, ja, als ich NLP gemacht habe, um 2008, war Haltung noch nicht, also so nach meiner Wahrnehmung, war das Thema Haltung noch nicht so weit im NLP verbreitet, was sich, glaube ich, aber deutlich verbessert hat. Darf ich da mal kurz einhaken? Weil ich habe angefangen mit NLP und mache jetzt 30 Jahre NLP. Und darum wundere ich mich, das jetzt zu hören, also du hast NLP gemacht und dann gleich Transaktionsanalyse. Also gab es quasi irgendwas im NLP, wo du das Gefühl hattest, das fehlt mir da, das finde ich nicht im NLP. Ja, das gab es tatsächlich, nämlich die Verknüpfung von Konzepten. Das heißt, im NLP hat man ja sehr viele Konzepte, die nebeneinander stehen und die ich nach wie vor sehr wirksam finde und viel anwende. Rapport, Metamodell, Metaprogramme, also wirklich viel und auch die Formate sind super. Und in der Transaktionsanalyse habe ich halt, die bietet auch sehr, sehr viele, also eine riesige Konzeptlandschaft, die aber ein Stück weit miteinander verknüpfbar sind, zumindest mal oberflächlich, sage ich mal. Das heißt, NLP war für dich mehr so quasi eine Sammlung von allen möglichen Werkzeugen und dir fehlte so der Rahmen, wo das drin ist. Genau, mir fehlte der Rahmen und aber auch eine Haltung, mit der ich die Dinge anwende. Also sprich, in der Transaktionsanalyse sagt man ja zum Beispiel, die Menschen sind okay und betrachtet sie auch grundsätzlich okay und in diese Richtung wendet man dann auch die Methoden an, während im NLP ja zum Beispiel auch Verkäufer, also ganz viel Verkauf passiert und mitunter auch Manipulatives oder es in der Vergangenheit für Manipulatives genutzt wurde. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass da NLP ganz gut nachgezogen ist inzwischen von dem, was ich mitbekommen habe. Ich wollte da gerade einhaken. Also am ersten Punkt stimme ich dir absolut zu. Also was die meisten NLP-Ausbildungen angeht, ist es, du wirst überschüttet mit Werkzeugen und erfährst relativ wenig über die Ordnung der Werkzeuge. Also das sage ich auch deswegen, bei mir war das ein Riesenthema und ich nehme für mich in Anspruch, das NLP zum ganz großen Teil geordnet zu haben. Wobei DILS da auch schon sehr unterwegs war mit logischen Ebenen und allem und allem. Also der Punkt definitiv, da stimme ich dir zu. Das mit der Haltung wundert mich, weil ich da sagen würde, dass das eigentlich seit den 70ern, seit den Anfängen des NLP, humanistische Weltsicht, Niemand ist kaputt, alle Menschen funktionieren perfekt, hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht. Also die Grundannahmen. Ja, was hast du dann im TA noch gefunden, wo du meintest, nee, das ist besser als NLP? Ich habe die TA als, ich sage jetzt mal, geschlossenes Konzept erfahren gelernt und das war für mich so, wo ich sagte, ah Mensch, okay, ich kann also schauen, wie hängen Gefühle mit meiner Denkwelt zusammen? Wie wirkt sich das auf mein Gegenüber aus? Wie geht das Pingpong in der Kommunikation hin und her? Ja, wie lassen sich diese kleinen Kommunikationen zwischen Personen auf ganze Lebensspannen ausweiten? Also sprich, um Prognosen herzuleiten. Wenn ich also im Kleinen irgendwie zum Beispiel ein Gefälle in meiner Kommunikation habe, weil ich bin ja große und betrachte mein Gegenüber vielleicht ein bisschen als kleiner. Wie wirkt sich das langfristig aus oder wie kann sich das auswirken? Und diese Betrachtung, die macht halt die Transaktionsanalyse und das fand ich zusätzlich bereichernd, weswegen ich da dann auch erstmal eine ganze Zeit lang kleben geblieben bin in der Transaktionsanalyse. Naja, und ich bin aber von da aus... Ich weiß, ich bin schrecklicher Unterbrecher, aber ich finde es total spannend. Wie würdest du dann jetzt, wo du beide Methoden wirklich gut kennst, weil du bist ja auch NLP-Trainer, hast du vorhin gesagt, wie würdest du denn dann den Unterschied im Menschenbild beschreiben zwischen den beiden Methoden? Also ich jetzt wirklich im Menschen bin, nicht in den Menschen, die es machen, wie du gerade sagst, NLP machen auch Verkäufer und sowas, sondern der Unterschied eben, wie man den Menschen sieht. Ich finde das eine total spannende Frage. Ich finde den Unterschied tatsächlich gar nicht so groß. Was den Unterschied, den ich gemerkt habe, war, dass ich in den NLP-Ausbildungen, also das ist häufig, also dass die Grundannahmen, die wurden einmal ausgebildet und dann war es das. Und dann ging es Methode, Methode, Methode. Das heißt, die Grundannahmen wurden nie angewendet auf die Methoden. Während bei der Transaktionsanalyse jede Methode immer mit der Haltung durchgekauft wird, immer wieder und dann sich auch die Haltung einschleift. Und die Grundannahmen NLP, die habe ich nach wie vor, also ich bin immer einer, der sagt, wenn du was lernen willst, lern die Grundannahmen zu implementieren in deinem Leben und dann bist du schon ganz gut unterwegs. Das denke ich. Also ich finde die klasse. Das ist wirklich eine coole Anmerkung, weil ich gebe dir, kommt jetzt recht, wenn ich jetzt aufs NLP schaue, die Grundannahmen ist so normalerweise ein halber Tag im Prittisch. Dann kommen die halt mal dran. Aber sie spielen ansonsten eigentlich explizit nie wieder eine Rolle. Ja. Die laufen halt so mit. Aber der Gedanke, man könnte ja sozusagen, ich improvisiere mal eine Übung, ein Kartenset mit Grundannahmen machen, bevor Leute in die Kleingruppe gehen, sagt man, zieh dir eine Grundannahme in Schraube, wie du die einbauen kannst in deinen Change History oder deinen Six Step. Ja, oder wenn man über Glaubenssätze spricht, da die Grundannahme, also wenn jemand was äußert, dann zu fragen, ja okay, auf welche Grundannahme bezieht sich denn deine Aussage, immer dieses, also diese Grundlage zu schaffen, auf der sich eine Haltung so nach und nach aufbaut. Also du würdest sagen, die NLPler haben schon theoretisch eine gute Haltung und ein gutes Menschenbild, es wäre nur schön, wenn sie es praktisch auch leben würden. Genau, wenn es noch mehr in die Praxis, wenn es mehr fundiert einfließen würde in die Methoden. Ja, ganz genau. Aber die Grundannahmen sind super. Also da kann ich gar nichts gegen sagen. Aber dann ist es wohl so, dass auch das TA dich nicht komplett glücklich gemacht hat, sondern du gezogen bist. So ist es. Nochmal zur Transaktionsanalyse. Leider war meine Ausbildung auch nicht so strukturiert, wie ich mir das gewünscht hatte. Ich brauche auch immer ein bisschen Struktur, gebe ich zu. Und habe dann tatsächlich auch die Transaktionsanalyse für mich also kartiert mit ihren ganzen Konzepten, was mir dann geholfen hat. Und ich merkte dann irgendwann, Mensch, okay, Transaktionsanalyse ist ja ein individualpsychologischer Ansatz. Das spricht, also sprich, ich kann auf mich drauf schauen und ich kann auch noch auf mein Gegenüber schauen. Was mir aber dann noch nach und nach gefehlt hat, war, wie wirken eigentlich Kontexte auf uns? Und über dieses Thema bin ich also mit meinen Kollegen, die dann schon eine systemische Weiterbildung hatten, auf das Thema Systemik gestoßen und merkte, okay, da fehlt noch was. Also sprich, Menschen, oder ich sage mal so, ganz häufig erlebe ich das so, dass man sagt, ja, du bist für dich verantwortlich und du kannst ja mit allen Sachen umgehen und dann wird der Punkt gemacht. Aber ich finde das inzwischen viel zu kurz gegriffen, weil durchaus Kontexte auf uns wirken. Also ich mache jetzt mal so ein bisschen ein plakatives Beispiel. Wenn man sagt, ja, Mensch, du kannst alles schaffen, kann man sagen so, ja, tendenziell ja, aber erzähl das mal einem indischen Straßenkind. Ja, und da wird es dann halt irgendwann, also wird es schon fast zynisch, weil das hat völlig andere Voraussetzungen, einen anderen Kontext, als wir hier in Deutschland, die relativ in einem guten Umfeld aufwachsen und dadurch viel mehr Chancen haben. Und diesen Kontext mit einzubeziehen, sprich, also aus welcher Herkunftsfamilie komme ich, wie wirkt zum Beispiel mein Arbeitgeber auf mich ein, also wie sind die Strukturen? Gibt es da irgendwie einen Chef, der besonders irgendwie von oben nach unten dirigiert und mich eigentlich gar nicht machen lässt? Ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Organisation unselbstständig ist zum Beispiel. Kennst du, wenn ich mal kurz einhabe, kennst du von Malcolm Gladwell das Buch Überflieger? Ja, das kenne ich. Weil genau das ist ja, ich meine, da habe ich genau diesen Gedanken her, den du jetzt bringst und er hat mir so die Augen geöffnet. Dieses Bild am Anfang, wo er sagt, du gehst in den Wald und da steht ein riesengroßer, wunderschöner Baum und man denkt, boah, der Baum. Und dann zählt er auf, der Boden muss passen, die anderen Bäume müssen passen, der Förster hat ihn stehen lassen, das Reh hat ihn nicht angeknabbert, der Regen kam an der richtigen Stelle, die Sonne kam. Und plötzlich wird klar, was alles zusammenkommen muss, dass da so ein Baum steht. Ganz genau. Genau, genau. Und das sagt er auch, also ich vergleiche immer zwischen mechanistischer Denkweise und systemischer Denkweise, während die mechanistische Denkweise also eine Ursache Wirkung benennt, also eins führt zum anderen, was ja auch, ich sage jetzt mal, unserer Alltagsdenke entspricht und was auch gar nicht schlecht ist. Das will ich, also hat seine Berechtigung, aber oder und, die systemische sagt halt, es ist multifaktoriell, wie du schon sagst, wo bin ich aufgewachsen, welches Familienumfeld habe ich, wer hat mich angeleitet, wie waren meine Lehrer und so weiter und so fort. Ja, und diese vielen, also diese Multifaktoren mit einzubeziehen, wenn ich eine Situation betrachte, hilft mir einfach nochmal auch mal demütig gegenüber Dingen zu werden, wenn ich sie sehe und sage, okay, die Person kann nicht nur irgendwie aus ihrem Mindset heraus Dinge regeln, sondern es müssen auch Umgebungsfaktoren passen. Und die kann man auch herstellen mitunter. Das schreibt ja auch Dirk Gladwell, dass jetzt mit den vielen erfolgreichen Menschen, mit denen er gesprochen hat, dann gemeinsamer Nenner ist, dass die sich alle dessen bewusst sind, dass sie häufig hohe Summen an ihre Universitäten spenden, weil sie genau wissen, ohne das Umfeld dieser Universität wäre ich nie so der IT-König geworden. Also die haben das normalerweise und ich fand bei ihm in dem Buch großartig die Formulierung, du musst nicht der Beste sein, du musst gut genug sein und der Rest ist das Umfeld. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich sage auch immer, also wenn wir mal schauen, welchen Beitrag man wirklich geleistet hat, wenn ich sage, das habe ich mir verdient, sagen ja besonders erfolgreiche Leute häufig, das habe ich mir verdient oder manchmal, das habe ich mir verdient. Aber wenn man mal wirklich schaut, in welche Familie sind sie geboren, welche Schule haben sie besucht, also wo ist denn das Wissen angedient worden, wie viel hat man denn wirklich dazu beigetragen, dann ist das relativ gar nicht so viel leider. Du machst da ein peinliches Fass auch für die NLPler, weil ich meine, ich schreibe gerade eine Newsletter-Serie, wo ich diese, ich nenne das Kalendersprüche, auseinandernehme und viele von denen sind an bestimmten Lebensphasen für bestimmte Menschen sehr gut, aber die können in einem anderen Fall auch wirklich zum Unheil führen. Und einer ist genau der, den du gerade gesagt hast, du kannst das schaffen. Oh ja. Das ist natürlich für jemanden, der sich selbst überhaupt nichts zutraut, ist der Satz pures Gold. Aber wenn du wirklich in diese Hybris kommst zu glauben, du alleine bist dafür verantwortlich. Ich bringe mal als Beispiel, auch wenn zwei top NLP gecoachte Leute antreten und sagen, ich will Bundeskanzler werden. Es wird nur einer werden. Und du kannst nicht sagen, dass der andere nicht gut NLP gemacht hat. Aber da ist ganz viel, und das ist glaube ich wirklich auch typisch NLP, dieses, dieser massive Fokus auf das Individuum. Ja, auch dieser massive Fokus auf Performance, wenn man es so will. Du hast ja gerade dieses Beispiel, nur Bundeskanzler, nur einer kann Bundeskanzler werden. Das ist strukturell angelegt. Wir sind in einem Wettkampfsystem, wo nur einer gewinnen kann. Das regt mich jedes Mal auf bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die meisten sind zu Tode betrübt bei so einer Weltmeisterschaft, weil es immer nur einen Gewinner gibt und die stehen im Mittelpunkt und der Rest ist jetzt mal schon gefühlt Ausschuss. Da denke ich mir auch so, Mensch, warum müssen wir solche Wettkampfstrukturen immer aufbauen? Vielleicht gäbe es auch was Besseres, womit man also auch mehr Leute glücklich machen kann und weniger Zwist. Allgemein, das ganze Sportfeld ist ja so aufgebaut. Du kennst wahrscheinlich auch Spiral Dynamics als Modell, oder? Ja. Du weißt ja, ich meine, das ist der Wechsel von Orange nach Grün. Orange ist Wettbewerb bis zum Anschlag und Grün fängt an, das dann nicht mehr so als alleinselig machen zu sehen und Gelb fängt an, die Sache zu integrieren. Ja, ja. Aber definitiv, wenn das ganze Leben Wettbewerb ist, wenn jeder Bereich Wettbewerb ist, dann ist es ein kreuzunglückliches Leben. Ja, und ich finde es persönlich auch schön, mich auch aus Wettbewerben rauszunehmen. Ich merke das zum Beispiel inzwischen so bei mir beim Tischtennis spielen. Ich habe so manche Leute, die wollen dann gewinnen und denken, die, 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 ne? So, und ich freue mich eigentlich immer bloß, wenn es einen schönen Ballwechsel gibt. Mir ist eigentlich total egal, ob ich gewinne oder nicht. Ich freue mich einfach an der Sache. Ja, und stichle dann manchmal noch bei denen, die da gewinnen wollen. So, ja, hast du nicht geschafft und so. Das mache ich mich lustig. Das heißt, ich soll jetzt nicht verraten, dass du der beste Thealer bist? Oh, ja. Ja, der Beste bin ich bestimmt nicht, aber. Ich hatte mal den Fall, da war eine Teilnehmerin bei mir im Seminar, die war kreuzunglücklich. Und sie hat alle anderen mit unglücklich gemacht. Und ich habe ihr angeboten, sie kann gehen, sie kriegt das Geld zurück von dem, was sie nicht besucht hat. Sie wollte bleiben. Und irgendwann habe ich sie gefragt, wie bist du auf mich gekommen? Und dann meinte sie, sie hätte recherchiert und sie hätte erfahren, ich wäre der Beste. Dann habe ich ihr gesagt, nicht für dich, es gibt nicht den Besten. Für dich wäre jemand anders der Beste. Aber da ist mir so aufgefallen, dieses Denken zu glauben, es gibt den einen Besten. Das kann dich so kreuzunglücklich machen. Ja, das ist diese Suche nach Struktur, die die Menschen haben. Die Thea beschreibt die psychologischen Grundbedürfnisse. Es gibt ja die auch noch von Maslow. Kennen sicherlich viele. Und eins ist das Grundbedürfnis nach Struktur, dass wir uns irgendwie versuchen zu orientieren in der Umwelt. Und dieses der Beste, die, dasjenige Beste, ist genau diese Suche nach einer Art Objektivität, die es halt in echt nicht gibt einfach. Und dann bist du bei Systemisch gelandet? Genau, dann bin ich bei Systemisch gelandet. Und das war es dann oder geht die Reise noch weiter? Oder war es dann auch, dass du irgendwie geglaubt hast, nein, da muss noch was anderes kommen. Du bist ein Wanderer, du bist ein Suchender, oder? Definitiv. Also ich sage mal so, als ich die Spiral Dynamics kennengelernt habe, wann war das, 2009, 2010 ungefähr, dachte ich, Mensch, ich bin gelb, ich bin gelb. Und habe das überhaupt nicht gecheckt, dass ich eigentlich total noch, weiß nicht, rot, orange, blau, irgendwie so da unten rum gemacht habe. Und würde jetzt sagen, ich bin dabei, das Gelbe zu integrieren, so würde ich es formulieren. Und was ja auch nicht heißt, dass ich nicht auch mal in den Wettbewerbsmodus rutsche. Also wenn ich meinen besten Freund sehe und wir gehen zusammen schwimmen, dann geht es auch noch mal heiß her halt. Also das macht ja auch Spaß. Also Freude am Wettbewerb will ich auch gar nicht absprechen. Also darum geht es auch nicht, sondern kommt auf den Kontext halt an, wann es gut ist. Und ja, das Systemische, da habe ich halt angefangen, diese Weiterbildung zu machen bei einem sehr angesehenen Institut. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, war, also was ist denn überhaupt systemisch? Weil wenn ich systemischer Berater werden will, muss ich auch wissen, was systemisch ist. Und in den nächsten anderthalb Jahren habe ich jedenfalls keine Antwort darauf bekommen, obwohl ich das immer wieder gefragt habe. Und dann auch das Enfant terrible war in der Ausbildung. Ja, naja. Ich merke schon, du hast so eine Tendenz, dich in Ausbildungen beliebt zu machen, indem du die Fragen stellst, die genau auf den wunden Punkt gehen. Ja, das kann ich relativ gut. Hast du mir überlegt, Berater zu werden mit dieser Fähigkeit? Bin ich tatsächlich. Ich bin agiler Organisationsberater und lege da auch gerne mal mein Finger in die Wunde. Ich wollte sagen, jetzt wirst du dafür bezahlt, dass du genau das machst, ne? Ja, ja, genau. Naja, und habe mich dann entschlossen, wollte eigentlich eine dreijährige Weiterbildung im Systemischen machen und war so unglücklich wieder mit dieser Ausbildung, dass ich bis zwei Jahre gemacht habe und dann einfach gleich selbst einen systemischen Kurs entwickelt habe, der genau diese Fragen beantwortet. Mensch, was ist denn eigentlich systemisch, damit ich es auch mal wirklich klipp und klar benennen kann? Ja, und genau darum ging dann auch mein Vortrag auf dem Kongress, systemisch endlich verstehen. Genau, das ist sozusagen die große Herleitung. Das heißt, ich stelle mir jetzt im Hintergrund einen Trommelwirbel vor und den Spot auf dich und du gibst jetzt die einfache Antwort auf die Frage, die du vor mehreren Jahren gestellt hast, was ist eigentlich systemisch? Ja, das könnte ich gerne machen. Leider ist die Antwort, und das ist das Problematische am Systemischen, also ich mache so eine Art Disclaimer, ein Preframe für die NLPler, die Antwort ist leider etwas abstrakt und das ist das Schöne und sowie gleichzeitig Schwierige, also dieses Paradox im Systemischen. Also ich kann dir erst mal sagen, was es bedeutet und hoffe, dass ich dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nicht gleich komplett verschrecke damit. Also systemisch, meine Antwort auf die Frage, was ist systemisch, ist eine Denk- und Handlungsweise abgeleitet aus der Systemtheorie. So, und da ist man ja jetzt natürlich genauso schlau wie vorher. Ich wollte sagen, damit erklärst du einen unverständlichen Begriff mit dem anderen unverständlichen Begriff. Genau. Das Schwierige oder also die Krux am Systemischen ist, es ist einfach eine völlig andere Denkweise als die, ich sage jetzt mal, als die Alltagsdenkweise. Also sie ist nicht intuitiv. Das heißt, wir müssen wirklich unseren Kopf erst mal anstrengen, um in die systemische Denk zu kommen. Dann hat sie aber wiederum den Vorteil, also du hast ja gerade schon gemerkt, da gibt es irgendwie einen gewissen Abstraktionsgrad in dieser ganzen Geschichte. Das hat aber den Vorteil, dass sie damit aber auch sehr, sehr viel erklären kann, durch diesen hohen Abstraktionsgrad. Und ja, den müssen wir in Kauf nehmen, haben aber dadurch die Möglichkeit, sehr viel zu erklären. Ich gehe mal ein Stück weiter. Ich hoffe, dass ich keinen verliere. Also die Systemtheorie beschäftigt sich mit Systemen. Und jetzt ist ja die große Frage, was ist überhaupt ein System? So, und da kommen wir jetzt an den spannenden Punkt. Ein System ist etwas, das aus einer Vielzahl von Komponenten besteht. Also nehmen wir mal Menschen in einem NLP-Seminar. Das wäre jetzt noch Alltagsdenke, die einzelnen Menschen. Und jetzt kommt auch noch ein Punkt hinzu, nämlich und die Beziehungen zwischen diesen Menschen. Und das ist das Neuartige. Sprich, also ich gucke nicht mehr auf den einzelnen Personen, was hat die gemacht, sondern ich schaue, wie wird diese Person in ihrem Verhalten durch die anderen Personen beeinflusst. Nehmen wir mal das Beispiel in Vielredner. Da könnte man fragen, was tun die anderen, dass diese Person so viel reden kann und so viel Raum einnehmen kann. Und da kommen wir auf eine systemische Denkweise. Die unterbrechen nicht, die geben kein Feedback und so weiter. Und da kommen wir dann also ins Systemische hin. Das heißt, systemisch guckt immer auf die Beziehungen zwischeneinander. Und ich habe ja noch gesagt, da kann man sehr viel mit beleuchten. Die Systemtheorie schaut also auch nicht mehr auf Menschen, sondern sie schaut auf soziale Systeme. Also sprich, werden Menschen miteinander interagieren. Sie schaut auf psychische Systeme, sprich also die Psychen. Und sie schaut auf biologische Systeme, also körperliches. Und also der Mensch, den gibt es in der Systemtheorie nicht, sondern bloß drei Systemarten, die miteinander interagieren und aber auch auf den gleichen Grundlagen aufbauen. Also wie zum Beispiel Selbstorganisationen. Und das können wir mal deutlich machen. Das war mir jetzt einen Tick zu schnell. Der eine sagt, den fand ich total spannend. Das heißt, den Menschen gibt es nicht. Richtig. Es gibt sozusagen dreimal einen Fokus von bestimmten Systemen oder was gibt es stattdessen? Genau. Der Mensch wird in der Systemtheorie, also wird so nicht bezeichnet. Sondern wenn man jetzt in der mechanistischen Denke den Menschen hat, würde man in der Systemtheorie sagen, ein Mensch wird definiert aus einer Kombination aus psychischen Systemen plus biologischen Systemen, also seinem Körper, das eingebunden ist in soziale Systeme, also etwas, was über den Einzelmenschen hinausgeht. Und diese drei Systeme basieren aber auf den gleichen Prinzipien, also Funktionsprinzipien. Und da ist diese Abstraktheit mit drin. Ich mache mal ein Beispiel, was ich damit meine. Also die Systemtheorie sagt zum Beispiel, Systeme organisieren sich selbst. Das heißt, dass also schon allein meine Steuerungsfunktion, die ich ja gerne irgendwie einnehmen will als eine Führungskraft, schon mal gar nicht funktioniert, wenn ich zum Beispiel ein Team habe, weil das System, also das Team sich ein Stück weit auch selbst organisiert. Als Führungskraft kann ich zwar Impulse reingeben, also beeinflussen, aber nicht steuern, dass die Person genau das macht, was ich will. Und das kennt man zum Beispiel, wenn man besonders starre Regeln aufstellt, dass dann irgendwie auf der Hinterbühne dann irgendwelche anderen Spiele gespielt werden. Selbstorganisation. Ebenso die Psyche. Man weiß das ja selber. Lass mal ganz kurz bei dem Thema bleiben, weil jetzt hast du, wenn ich mich auf das Vorgespräch beziehe, wo wir auch über Gesellschaftliches geredet haben, etwas gesagt, wo ich denke, da muss ich doch mal nachfragen. Sehr gern. Gesellschaftliche Steuerungsprozesse. Wir gestalten die Gesellschaft um. Du hörst im Augenblick ja fast nichts anderes um uns herum. Der Umbau der Gesellschaft. Also wie viele Gruppen versuchen denn gerade das, von dem du gerade gesagt hast, das geht nicht? Also andererseits der Blick auf unsere heutige Gesellschaft mit dem Gedanken, ach, die organisiert sich schon selbst, würde mir auch so ein bisschen Grusel machen. Ja. Wie wäre denn da jetzt, also ich vermesse, ich klinge für mich so, als du sagst, man kann die Gesellschaft nicht steuern, das geht nicht. Aber mir fehlt ein bisschen das Vertrauen, dass die Gesellschaft sich wirklich ganz alleine vernünftig organisiert. Wie würdest du das zu diesem Thema auflösen? Ich kann das zusammenbringen. Also Selbstorganisation heißt nicht, dass ich es nicht beeinflussen kann. Also ich kann Impulse setzen und die auch, also ich sag jetzt mal, im Systemischen bildet man eine Hypothese. Also das heißt, wenn ich ein Strukturelement reinwerfe, wie zum Beispiel ich erhebe eine Steuer, was ja ein Strukturelement ist, dann könnte es sich so auswirken, dass, ich sag jetzt mal zum Beispiel, ein Handel in eine bestimmte Richtung geht. Das heißt, ich bevorzuge zum Beispiel Solaranlagen, indem ich sie steuerlich begünstige. Und die Wahrscheinlichkeit steigt dann, dass die Solaranlagen mehr gekauft werden. Jetzt kann es aber sein, dass irgendwo eine Studie rauskommt, dass Solaranlagen irgendwie total schlechte Qualität haben und nach drei Jahren kaputt gehen. Und schon funktioniert das also nicht mehr. Also weil so viele Faktoren zusammenkommen. Wir haben ja vorhin über die Faktoren gesprochen. Und diese vielen Faktoren können nicht überblickt und gesteuert werden. Und deswegen kann man maximal Impulse geben, schauen, ob die sich in die gewünschte Richtung auswirken und weiterarbeiten. Also eigentlich Try-and-Error-Prinzip. Und wir haben natürlich durch unsere Erfahrung, unser Erfahrungswissen bereits Ideen, wie sich etwas in eine Richtung steuern lässt. Oder beeinflussen lässt, besser gesagt. Und was ich so nett oder so schön auch daran finde, ist, dass es wieder diese Hybris rausnimmt. Und ich kann das steuern oder eins zu eins lenken. Und das finde ich wichtig zu verstehen, dass das halt nicht geht. Und es wird auch unserer Realität nicht gerecht, wenn man das denkt. Könntest du das bitte mal einigen Politikern sagen? Ja, gern. Aber ich glaube, eine grundsystemische Ausbildung für Politiker könnte nicht schaden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Oder besser gesagt, wäre meine Frage gewesen, wenn man Ahnung vom Systemischen hat, könnte man dann überhaupt Politiker werden? Politik hat ja natürlich auch nochmal, ich sag jetzt mal noch, vor allen Dingen auch eine strategische Ebene, die zum Beispiel in vielen Kommunikationstheorien auch gar keinen Platz hat oder gar keine Berücksichtigung findet. Leider bin ich, also was strategische Kommunikation angeht, nicht der beste, würde ich mal sagen, weil ich mich dafür bisher auch noch nicht besonders interessiert habe. Aber ich glaube, die Politiker haben es nicht so leicht, auch ihre Position zu vertreten, weil noch so viel, ich sag jetzt mal, politisches oder strategische Kommunikation mit reinfließt. Also insofern, ich will nicht deren Job haben, um es mal kurz zu sagen. Das ist, glaube ich, Teil des Problems, dass zu viele Leute diesen Job nicht haben wollen, weswegen die Jobs unter denen, unter der Teilmenge vergeben wird, die solche Jobs haben wollen. Ja. Naja, ist völlig klar, es ist ein Job mit einer sehr schlechten Reputation. Ja. Also du musst erst mal eine Schwelle überwinden, um zu sagen, ich will in die Politik gehen, weil dein soziales Umfeld wird vermutlich nicht nur mit Begeisterung reagieren. Ja. Aber man begibt sich in den Haifisch-Specken auf jeden Fall, ne? Ja. Ich habe ja nur Teilahnen von systemischer Arbeit, aber ich habe in Erinnerung, da gab es so einen Satz, dass man ein System nicht von innerhalb des Systems verstehen und steuern kann, sondern dass man im Grunde immer raus muss. Ich denke gerade deswegen, bei dem, was wir reden, inwieweit es sein kann, dass viele von den Politikern und Wirtschaftsgrößen und ähnlichen Leuten eventuell von sich glauben, sie wären gar nicht Teil des Systems, sondern stünden, ich sehe an einer nonverbalen Reaktion, du weißt, worauf ich hinaus will, sondern sie sehen sich quasi als außerhalb, wenn nicht sogar darüber stehend und darum glauben sie, ich kann ja steuern. Also wer definiert eigentlich, was ist innerhalb und was ist außerhalb? Das ist ja im Grunde nicht definierbar, oder? Du kannst es definieren, also ich sag mal so, der Konstruktivismus ist ja auch so ein Begriff, also ist Teil der Systemtheorie und sagt, dass du dir also innerhalb und außerhalb, dass es eigentlich auch bloß Konstrukte sind, also sprich hilfreiche Erfindungen, um Dinge voneinander zu unterscheiden, abzugrenzen, also hilfreich abzugrenzen. Und dieses In- und Außen ist ganz häufig halt konstruiert. Und was aber klar ist, wenn ein Politiker, ich sag jetzt mal, in der politischen Debatte teilnimmt, ist er Teil, ich sag jetzt mal, des größeren Systems unserer Gesellschaft. Und Systemtheorie sagt ja auch, es gibt keine Objektivität, sondern es gibt immer nur Beobachter. Und beobachten tut ein System sich aber auch selbst, durchaus. Ja, also du kannst dich ja auch beobachten in deinem Verhalten und ziehst daraus Rückschlüsse, meinetwegen auch aus dem Feedback von anderen, aber das kann durchaus auch sich selbst beobachten und daraus zieht es lustigerweise auch seine eigenen Informationen, witzigerweise. Also, kompliziert schon wieder, ich weiß. Ich mache nochmal ein Beispiel. Also, wenn du zu einem Schluss kommst, also, oder ich formuliere es mal anders, wenn ich dir jetzt irgendwie einen Satz rüberwerfe, dann sende ich eine Mitteilung, was weiß ich, Ralf, du siehst aber heute gut aus, zum Beispiel. So, welche Informationen du jetzt daraus kreierst, das kann ich schon gar nicht, also, vielleicht kann ich das noch im Unterturm beeinflussen. Ja, siehst heute besonders gut aus. Also, eine Ironie könnte ich zum Beispiel einbauen und dann könntest du sagen, kreierst deine Informationen, oh, der Steffen findet mich hässlich. Ja, aber letztendlich kreierst du selbst deine Informationen darüber, also aus diesem Umweltfeedback, also aus deiner Beobachtung. Dein psychisches System kreiert deine eigene Informationen. Und natürlich gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aus welchen Botschaften du Informationen kreierst, aber nur aus der Erfahrung heraus, die du hast. Ja, genau. Und das sagt letztendlich die Systemtheorie auch. Man kreiert, ein System kreiert immer seine eigenen Informationen. Und manchmal kommt man in Kreise rein. Ich habe das zum Beispiel als agiler Organisationsentwickler erlebt. Da wird an mich eine Anforderung gestellt, die ich eigentlich gar nicht so erfüllen kann. Also, da sollte ich irgendwie ein Tool besonders gut bedienen, also eine Software. Aber das ist gar nicht meine Aufgabe gewesen. Aber ich wurde darauf so festgenagelt in dieser Organisation, ich bin da nicht rausgekommen. Und dann konnte ich das nicht und dann war ich natürlich der Doofe da. Und also, dieses soziale System hat seine Informationen über mich kreiert und nicht ich habe die Information kreiert. Also, das ist da, was ich meine da. Und das finde ich nochmal ganz interessant. Und manchmal kann man sich dem auch nicht erwehren. Dann kann man maximal das System wieder verlassen. Habe ich auch gemacht. Gute Entscheidung. Ja, ja, manchmal ist das hilfreich. Das System hat sich aus dem Gesamtsystem dann ausgeklingt. Genau, ja. Also, ich als Komponente habe mich dann nicht gesehen und bin dann rausgegangen. Und das kann einem auch helfen, dann nicht irgendwie zum Beispiel so Selbstwertthematiken aufzubauen. Oh, ich bin schlecht oder sowas. Sondern ich betrachte, also ich schaue, welche Zuschreibung gibt mir das System zum Beispiel im Beruf auf meine Rolle. Ja, und das hat überhaupt nichts mit mir als Person zu tun, sondern was das System also irgendwann mal darüber so kreiert hat. Mhm. Ja, genau. Und also diese Denkweise, also sprich, welche, also das ist ja auch ein kontextuelles Denken, das finde ich ist über, also das ist halt ein überindividuelles, eine überindividuelle Komponente, die ich total wichtig finde, wenn wir über Psyche sprechen. Weil die beeinflusst unsere Psyche. Und nicht zu knapp tatsächlich. Mhm. Genau. Ja, jeder kennt das sicherlich so, wenn er bei der Familie mal ist, beim Familienfest und regt sich dann richtig schön auf über, was weiß ich, die Eigenheiten von Mama und Papa. Und da merkt man dann mal, wie sehr so ein Kontext einen beeinflussen kann. Ich habe es andersrum gemerkt, ich war ein einziges Mal bei einem Abiturklassentreffen. Ich glaube, das war 20-jähriges oder sowas. Ich war so schockiert, wie nach wenigen Minuten die ganzen alten Spielchen wieder losgegangen sind. Es waren einfach nur alte Leute mit grauen Haaren und Bart, außer die Frauen. Aber die Sprüche, die Umgangsformen, die Hierarchie, es war, als ob einer so gemacht hätte, einmal Schnips und es war alles wieder wie früher. Ich fand das so entsetzlich. Ja. Ja, genau. Also wie stabil das ist, wie stabil das ist. Ja, genau so ist es. Genau. Naja, aber man kann es entwickeln. Zum Beispiel, wenn du jetzt gesagt hättest, Mensch, schaut mal, was wir hier machen. Wir sind doch jetzt 20 Jahre weiter. Also du hättest deine Beobachtung in die Kommunikation bringen können und es hätte vielleicht was gemacht. Vielleicht hätte ich gesagt, was ist mit dir los? Ich will hier rumalbern und ein Bier trinken oder so. Ich weiß noch nicht, ob es was Gutes gemacht hätte, aber es hätte mit Sicherheit was gemacht. Das stimmt. Ein System stören ist, glaube ich, leichter als ein System in die Richtung bringen, wo man es haben möchte. Aber das ist das, glaube ich, sowieso nicht, oder? Nach allem, was ich weiß, kannst du ja in systemischer Arbeit mit klaren Zielen bist du ja sowieso. Ja, naja, ich setze schon auch klare Ziele, wo ich hin will, um meine Intervention danach zu beurteilen, dann sind die, ich sage jetzt mal, also in diesem Sinne, im Sinne meiner Zieldefinition erfolgreich oder nicht erfolgreich. So formuliere ich es mal. Also ich setze schon eine klare Zielsetzung. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein Team agil, also selbstorganisiert gestalten und setze dann Interventionen an und stelle fest, oh, okay, die zerstreiten sich eher und wissen jetzt überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen, dann würde ich sagen, okay, diese Intervention ist nicht so gelaufen, wie ich es gerne haben würde. Ich muss was anderes probieren. Das heißt, du brauchst eine wesentlich kürzere Feedback-Schleife? Genau, genau. Und im NLP ist es ja das Gleiche, funktioniert etwas nicht, dann probiere ich etwas anderes, Grundsatz. Und das Gleiche ist da genauso. Einfach, du richtest dann, du fahrst nicht auf irgendwie einer Intervention oder einem so, das funktioniert, diese eine Formel, wenn du die anwendest, dann funktioniert alles. Nee, du bildest eine Hypothese, das könnte funktionieren, probierst es aus. Wenn es klappt, gut, wenn es nicht klappt, was anderes. Das heißt, die systemische Arbeit ist für dich sozusagen der größere Rahmen, in dem du TA und NLP machst. Ganz genau. Das ist die Basis-Theorie, wie ich also inzwischen denke. Und das Systemische, das würde ich nochmal sagen, das bezieht sich ja auch auf die Psyche und auf unseren Körper. Im NLP wissen wir ja, Körper und Psyche sind eng miteinander verbunden. Und jetzt wissen wir durch das Systemische und mit den Kontexten auch noch. Ja, und die Psyche funktioniert nach den gleichen Prinzipien, sprich Selbstorganisation. Du suchst dir nicht aus, was du denkst, sondern deine Psyche denkt dich vor allen Dingen. Deine Gefühle fühlen dich erst zunächst mal. Man kann natürlich intervenieren psychisch, aber es passiert auch ganz automatisch. Und da kannst du erst mal gar nicht so viel machen. Jetzt touchierst du ja eine der größten Fragen der Menschheit. Wenn du sagst, deine Psyche denkt dich, deine Emotionen fühlen dich, dann kommen wir ja fast schon zur Frage des freien Willens. Ja, von dem halte ich nicht ganz so viel. Ich wollte gerade sagen, das ist eine heikle Frage, weil die beschäftigt uns seit 2000 Jahren. Es durch die Gehirnforschung ist wieder neu hochgekocht worden. Haben die das überhaupt? Also ich merke, das ist immer eine Frage, die mich gruseln lässt. Weil ich ehrlich gesagt, ich will kein Nein hören. Aber ich merke, du bist da skeptisch, oder? Also ich sag mal so. In der Transaktionsanalyse gibt es ja das Modell der Ich-Zustände. Und allein das Ich-Zustandsmodell löst maximale Verwirrungen aus, wenn man sich damit mal beschäftigt. Aber es gibt drei Komponenten über die Gewordenheit der Psyche. Also wo kommt unsere Psyche her, wenn man es so will? Da gibt es einmal übernommene Teile von früher. Also das kann auch gestern gewesen sein, aber übernommen und von früher ist die Definition. Dann selbstentwickelt und von früher. Also sprich zum Beispiel kindliche Gedanken. Kann aber auch wieder gesagt, gestern wieder habe ich was selbstentwickelt. Und dann gibt es noch, ich nenne das immer den, also das ist eine Art Festplatten, könnte man sagen. Übernommen ist eine Festplatte und selbstentwickelt ist auch eine Festplatte. Also mal, um ein bisschen NLP gleich wieder mal zurückzurutschen. Und dann gibt es noch den Prozessor. Also sprich, der auf die Inhalte dieser Festplatten zugreifen kann oder auch wenn ich aktuell was erlebe und das bewusst hinterfragen kann. Also wenn wir beide sprechen und du hinterfragst das, was ich sage, dann bist du ja gerade bewusst und, ich sage jetzt mal, beeinflusst. Aber du beeinflusst auch bloß das, was du fragst. Du beeinflusst ja zum Beispiel gerade wahrscheinlich nicht, wie du sitzt und was sonst noch so passiert. Also ich glaube, das, was wirklich beeinflussbar gerade ist im Augenblick, ist sehr, sehr begrenzt. Und ich habe da tatsächlich gerade neue Erkenntnisse für mich gewonnen. Zum Beispiel, wenn Gefühle hochkommen. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich in die Augen schauen, Gefühle wirklich steuern kannst du nicht. Sie kommen oder sie kommen nicht. Und was man aber machen kann, ist die Gefühle zu beobachten. Das heißt, ich spüre, na, okay, wo ist dieses Gefühl jetzt in meinem Körper? Und kann mich von meiner automatischen Reaktion auf das Gefühl entkoppeln? Das kann ich schon. Also dass ich dann einfach ruhig sitze, atme meditativ und beobachte das Gefühl. Wie das Gefühl sich aber weiter verhält, was es genau macht, kann ich wieder nicht steuern. Aber, und das ist das Interessante, durch die Beobachtung des Gefühls löst es sich ganz häufig einfach auch auf. Und zwar in einer relativ kurzen Zeit. Und das ist sozusagen die Beeinflussung, die ich ausüben kann. Durch Beobachtung beobachte ich, sage ich mal, die Selbststeuerung des Gefühls. Ein Gefühl will mir eigentlich immer irgendwas mitteilen. Und wenn ich das gesehen habe, wirklich bewusst, löst es sich auf. Ich kann es integrieren und dann ist es auch weg. Also insofern ist es so, ein Stück weit kann man beeinflussen. Den Großteil unseres Lebens laufen wir als Automaten rum, so würde ich es mal formulieren. Das heißt, du glaubst nicht an den freien Willen, aber an den freien Beobachter. Ja, definitiv. Den gibt es und der kann beobachten, was mit unseren selbstorganisierten Systemen, psychisch und so weiter passiert. Genau. Es gibt eine sehr spannende Antwort, also eine sehr spannende, zu der Frage des freien Willens. Die würde auch zu dem passen, was du sagst, weil die Frage selber ist ja über 2000 Jahre alt. Und die meines Wissens neuste Antwort, der neuste Antwortführer ist ungefähr 200 Jahre alt und auch von der Gehirnforschung wieder frisch bestätigt. Wir haben zwar keinen freien Willen, wir haben aber einen freien Unwillen. Das heißt, du kannst nicht verhindern, dass zum Beispiel bestimmte Gefühle und Impulse kommen. Du kannst aber verhindern, ihm zu folgen. Ja, du kannst deinen Seiten unterbinden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, zu einem Impuls Nein zu sagen. Und ich weiß, ich war bei Gunter Schmidt, den ich sehr verehre, in mehreren Seminaren. Und er hat auch sehr darauf hingewiesen, dass, wenn Leute manchmal irgendwelche verrückten Gedanken haben, sagt er, den pein ich um. Dann meinte er, wenn du dich für den Impuls, den Gedanken verurteilst, wirst du unglücklich und krank. Aber du kannst lernen, dem Gedanken nicht zu folgen. Ganz genau. Aber du kannst nicht verhindern, dass der Gedanke kommt. Ganz genau. Das fand ich so befreiend und erleichternd, zu wissen, ich muss mich nicht für Impulse verurteilen. Aber ich kann entscheiden, ob ich ihnen nachgehe. Ja, genau. Und welche Gedanken ich auch füttere und welche ich, ich sag jetzt mal, auch ungefüttert lasse. Ja. Und ich finde das, also ich habe auch meine, ich glaube, viele Menschen machen sich für ihre, ich sag jetzt mal, Gedanken innerlich ganz schön fertig, seien es sexuelle Fantasien oder auch grandiose Fantasien oder wie klein sie sind oder sonst was oder wie unerfolgreich. Und ich finde, jeder hat krude, komische Gedanken. Das macht halt unser Gedankenapparat. Und das ist ja auch, also ich bewundere das ja auch, wie kreativ der sein kann. Und ich lasse das dann so vorbeirauschen so und gucke dann auch manchmal so, ach, was glaube ich denn heute so? Also habe ich also auch noch eine Gefühlshinterlegung dazu? Naja, und dann muss ich mich auch nicht ganz so ernst nehmen. Das hat ja auch irgendein ganz schlauer gesagt. Wobei natürlich da auch eine zweite Spur gibt, auch wenn ich jetzt vielleicht die heitere Stimmung hier verderbe. Aber spätestens seit Orwells Roman 1984 gibt es ja die Idee des Gedankenverbrechens, was ja dann auch aus einem Spielfilm wie Minority Report nochmal gekommen wird. Also, weißt du, solange du dich selber in Anführungszeichen verurteilst für irgendwelche Gedanken, mag es noch ein komisches psychisches Spiel sein. Aber in dem Augenblick, wo ein Gedanke wirklich zu einer Straftat erklärt wird, da kommen wir in ein anderes Spiel rein. Weil ich glaube, ich glaube, da sind wir uns auch einig, du kannst das nicht kontrollieren. Nein, nein, die kommen ja. Keine Chance ist, es zu kontrollieren. Du kannst es vielleicht beeinflussen, dass sie seltener auftauchen mit bestimmten Gedanken. Aber du wirst sie nicht absolut kontrollieren können. Genau, und das beschreibt ja letztendlich auch die Selbstorganisation des psychischen Systems. Es kommt, wie es kommt. Und du kannst maximal darauf reagieren. Du kannst Therapie machen, Formate und alles Mögliche und es damit beeinflussen. Und vielleicht hört es auch auf, wenn du irgendwelche schlimmen Gedanken hast. Aber zunächst kannst du es erstmal nicht steuern. Genau, ja. Und ich frage nochmal nach. Also in dem Rahmen systemisch machst du dann TA, NLP und deine anderen coolen Sachen. Genau. Das ist meine absolute Grund, also das ist wirklich meine absolute Basistheorie inzwischen. Ich frage deswegen nach, weil ich habe NLP so gelernt, dass die Methoden des NLP, und da kann ich mich auf DILS berufen, und ich meine, der hat keine Ahnung vom NLP, dass die Methoden des NLP auf ein Individuum oder auf eine Gruppe anwendbar sind. Also bei DILS steht in den 80er Jahren schon die Idee von einem Gruppen-Six-Step. Wo er sagt, wenn du ein Team hast und in diesem Team macht einer irgendwelchen Quatsch, dann tu mal so, als wäre diese eine Person der symptomverursachende Teil und finde mal die gute Absicht raus. Das heißt, er macht da wirklich ein original Six-Step, nur halt nicht mit der Einheit ein Individuum, sondern mit der Einheit eine Gruppe. Für mich klingt das so, als wäre das eigentlich das, was du anbietest. Was ich als systemisch bezeichne, genau. Das Systemische, ich finde das ja nochmal wichtig, wie Theoriebildung eigentlich entsteht. Die entsteht ja nicht, indem sich einer was ausdenkt, sondern die entsteht ja durch Beobachtung und dann, ich sage jetzt mal, eine Einordnung des Beobachteten. Und die NLPler und auch Watzlawick und so, die werden alle heutzutage als Systemiker bezeichnet werden, weil die sehr scharf beobachtet haben und ja auch, ich sage jetzt mal, einen hohen Abstraktionsgrad in ihren Thesen haben. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist ja schon, da muss man erst mal dreimal überlegen, was das eigentlich bedeutet, weil es eine hohe Abstraktionsebene schon hat. Und genau das hat die Systemtheorie auch, sehr abstrakt und damit sehr viel universal anwendbar. Und ich werde immer bloß skeptisch oder ich gucke eigentlich immer bloß, also wo passt etwas nicht in die Systemtheorie rein? Das ist doch, finde ich, das Spannende. Also wo ich dann gucke, entweder ist es dann so Quatsch einfach oder es gibt noch was Besseres. Also wenn das nicht in die Systemtheorie passt und auch funktioniert, dann stelle ich mir die Frage, okay, was braucht man hier noch an übergeordneter Theorie? Aber was ich schön finde, ist halt Theorie geleitet, also Dinge zu tun und es gibt ja auch diesen Ausspruch, nichts ist praktischer als eine gute Theorie, weil ich will einfach auch anderen Leuten erklären, warum ich Dinge tue und nicht nur sagen, ja, ich habe es intuitiv irgendwie gemacht und so. Das finde ich so, für mein Verständnis, für den Professionsgrad reicht das für mich nicht. Du bist für mich gerade wirklich eine Offenbarung, weil mein Vorurteil und wie ich es auch kennengelernt habe, ist gerade, dass Leute, die von sich behaupten, dass sie systemisch arbeiten, sobald man drei kritische Fragen stellt, sofort mit der Intuition kommen und sagen, ja, das mache ich intuitiv. Also Systemtheoretiker, wie ich dich jetzt mal einfach bezeichne, der sagt, dass ihm das Geschwurbel auch auf die Ketten geht, habe ich noch nie erlebt, du bist heute mein Feiertag. Sehr schön, freut mich. Mir geht das Geschwurbel super auf die Nerven und das ist genau das, was ich in meiner systemischen Weiterbildung erlebt habe. Die konnten mir keine klare Antwort geben, weil sie sagen, ja, ich mache ja ein bisschen intuitiv rum, ich betreibe Hypothesen und fertig ist. Und aber eine wirklich fundierte Theorie, die, und das Ding ist ja, die Systemtheorie ist ja wissenschaftlich super, also weit verbreitet in der Medizin, Soziologie, Psychologie, das ist die vorherrschende Theorie, also die ist sehr gut empirisch bewiesen und warum soll man das nicht nutzen? Doch, die ist auch gar nicht so jung, ist das nicht Bateson, 70er Jahre, 60er Jahre? Ja, 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 also Bateson hat ein Teil beigetragen, Luhmann war glaube ich 70er, 80er Jahre ganz stark, also der hat viel daraus formuliert und man muss auch verstehen, es gibt nicht die Systemtheorie, sondern die entwickelt sich auch weiter, wird falsifiziert, also sprich, da werden auch Sachen als falsch herausgestellt, weil sie weiterentwickelt wird und angepasst, also das geht auch weiter. Und das Schöne ist auch, dass sie mit sehr vielen anderen Theorien verknüpft war, wie Chaostheorie, Konstruktivismus, Emergenzkonzept, also physikalischen Konzepten und da, also wenn eine Theorie mit vielen anderen, also ich sag jetzt mal, Richtungen verknüpft war, dann ist das für mich eine Art Beweis, dass ich mich auf dem richtigen Pfad befinde, so formulier es jetzt mal. Du hast mir jetzt gerade nochmal eine Differenzierung eingeschränkt, wo ich nachfragen muss, ich hatte bisher in meiner Denkweise, Systemtheorie ist gleich Chaostheorie. Nee. Oh, dann habe ich jetzt was zu lernen. Ja, kann ich, kann ich, kann ich, ein kurzes, also Chaostheorie beschreibt ja, also Systeme sind chaotisch, so würde ich schon mal formulieren, aber also die Chaostheorie beschreibt ja, wie Dinge, ich sag jetzt mal, ein Stück weit nicht berechenbar sind, aber unter dem Hintergrund von einem Regelwerk. Mach mal ein Beispiel, sonst ist es so ein bisschen abstrakt. Also wenn man zum Beispiel, es gibt doch diese Bilder, wenn in New York, wenn man von oben so zwischen die Hochhäuser filmt und man sieht so ganz viele Leute laufen, so über eine Straße zum Beispiel. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, von einer Ampel, Leute gehen, also die treffen sich und gehen über die Straße und das ist relativ chaotisch, wie die laufen und man sieht da erstmal nichts. Was aber dahinter steckt, ist gleichzeitig auch eine Muster oder eine Regelgebung, nämlich, wenn die Ampel rot ist, geht komischerweise keiner. Wenn sie grün ist, gehen alle los, das heißt, es gibt ein Regelwerk. Also in der Chaostheorie gibt es immer ein dahinterliegendes Regelwerk, also auf das man guckt und genauso macht man das letztendlich auch bei Gruppenprozessen. Die sind, also wenn ein Team zum Beispiel, wenn man ein Team hat, sind die Handlungen erstmal so nicht, also auf den ersten Blick berechenbar, sind sie auch so nicht. Aber sie folgen bestimmten Regeln und diese Regeln kann man herausfinden und das sind zum Beispiel auch so, Unternehmenskulturen sind zum Beispiel solche Regeln. Also wie zum Beispiel, ich frage lieber immer nochmal meinen Vorgesetzten, bevor ich irgendwas tue. Könnte eine Regel in einem Unternehmen sein. Ja und dann sieht man irgendwie, die Leute wuseln ganz viel rum und machen ganz viel und treffen ganz unterschiedliche Entscheidungen, aber immer irgendwie unter der Prämisse, dass sie vorher ihren Vorgesetzten gefragt haben. Und das könnte man dann zum Beispiel mal ansprechen und diese, ich sag jetzt mal, ungeschriebenen Gesetze mal in Frage stellen. Und so kann man dann solche Regeln auch verändern. Ich frage nur mal nach, weil also das meiste, was ich über Chaos-Theorie weiß, weiß ich aus dem Vortrag von Frau Birkenbill zu dem Thema. Die hat einen Vortrag mal gehalten, 90 Minuten Einführung in die Chaos-Theorie. Und sie hat die Geschichte erzählt, die glaube ich auch stimmt, dass es im Grunde ist es entdeckt worden in der Meteorologie. Weil die halt versucht haben, Wetter und Klima zu berechnen und gemerkt haben, eine klitzekleine Veränderung der Eingangsvariablen führt zum komplett anderen Ergebnis. Ja. Ich hatte für mich bis jetzt da so abgespeichert, Chaos-Theorie beschäftigt sich mit Systemen, die einfach nur zu komplex sind, als dass wir sie jemals verstehen. Ganz genau. Dem würde jetzt aber dein Beispiel mit der Ampel widersprechen, weil das verstehe ich ja. Da gucke ich drauf und sage immer, da ist eine Ampel und wenn die grünen es laufen, so bei rot bleiben, die stehen. Das wäre für mich gerade das Gegenteil davon. Nee, glaube ich nicht. Weil ich sage mal so, du kannst ja genauso auch Wetter beschreiben. Nämlich Wasser verdunstet, wird vom Wind weggetragen, regnet ab. Das wäre die Ebene, die du gerade beschrieben hast. Aber wo es genau regnet, das kannst du nicht berechnen. Und genauso kannst du nicht berechnen, wo welcher Mensch langläuft. Ah. Also das ganz konkrete Erleben, das ist nicht berechenbar. Sondern nur, also wir können sozusagen analysieren, was sind die Regeln, was ist das Regelwerk dahinter. Das heißt, du meinst, wir können beim Beispiel Wetter und Klima, wir können bestimmte Regeln und Sachverhalte beschreiben. Genau. Aber sobald die alle zusammenkommen und aufeinander, miteinander wirken, erreichen wir eine Komplexität, wo wir sagen, da bin ich draußen, ich habe keine Ahnung, was passiert. Richtig. Gut. Genau. Während, aber das trifft doch im Grunde auch beim Familiengeburtstag zu, oder? Von der Kanne. Deswegen sagt man ja auch, Systeme sind komplex, also ein soziales System ist komplex, nicht berechenbar, folgt aber, ich sage jetzt mal, den ungeschriebenen Gesetzen der Familie, des Familiengeburtstags. Da gibt es vielleicht einen Ritualablauf, Oma muss immer am Kopf des Tisches sitzen und wehe, einer setzt sich da irgendwie hin. Da gibt es ein bestimmtes Regelwerk, aber was dann genau an diesem Nachmittag passiert, wann Oma aufsteht vom Tisch oder so, das ist nicht berechenbar. Weil das ist für mich auch eine von den ganz spannenden Fragen, ich meine, wenn du NLP kennst, was du sehr gut kennst, kennst du vermutlich auch Pickup und Pickup ist für mich so die Idee von Leuten, die glauben, sie könnten das komplexe System Mann und Frau mit all seinen Datingsachen, mit einfachen Regeln, du musst nur das machen, dann passiert das. Das gemeine ist, dass die zu oft Erfolg haben, als dass sie es wirklich aufgeben würden, weil scheinbar über das Gesetz der großen Zahl und bestimmte Trainingssachen kommen ja doch ausreichend Erfolge, aber ich merke, da gibt es auch eine Seite in mir, die möchte das einfach nicht glauben, aber da prallt das für mich aufeinander, diese Idee, ich kann es steuern. Ja, also, ich habe mich ja sehr viel mit Pickup beschäftigt in meinen jungen Jahren, also ich bin da quasi auch ein bisschen groß geworden in der Szene, bin ich heute auch nicht mehr stolz drauf, oder sehe ich es sehr kritisch, sage ich mal so. Ja, wo, also, weswegen Pickup funktioniert oder ein Stück weit funktioniert, ist, dass sich dieses oder diese, ich sage jetzt mal, diese starren Regeln, die sich das Pickup bedient, dass die einen ganz guten kulturellen Fit, also eine Übereinstimmung mit kulturellen Mustern haben. Also, ich muss mich bloß, also muss bloß ins Fitnessstudio gehen, besonders viel trainieren, mir ein schickes Hemd anziehen und mit ein paar Geldscheinen wählen, ich mache es mal ein bisschen einfacher und schon kommen die Mädels, ja, sehr plakativ. Und das funktioniert, ich sage jetzt mal, für Leute, die konventionell, also sehr stark noch an die Gesellschaft angebunden sind, also wenig hinterfragt haben und leider ist das ein relativ großer Anteil an Menschen, die nicht… Weil dann würde es ja andersrum bedeuten, Pickup hat das System gehackt. Pickup versteht das System, also versteht mit dem System zu arbeiten und für seine Vorteile zu nutzen. Ja. Haben wir jetzt das ja… Haben wir jetzt nicht Werbung gemacht für Pickup? Haben wir nicht, ne? Weiß ich nicht, also ich kann ja nochmal eine Lanze brechen, warum Pickup, warum ich das nicht so gut finde. Weil einerseits korrumpiert es die Männer, die es anwenden, weil sie sich nämlich glauben, also weil sie sich verstellen, das kenne ich von mir, ne? Ich habe also sehr viel in meine Attraktivität investiert und merkte, dass ich eigentlich immer weiter von mir wegrutsche. Und dann hatte ich irgendwann dieses Gefühl innerer Leere und ich wusste überhaupt nicht mehr, was los ist. Ja, und in meiner Reifung mit der TA-Weiterbildung und so, habe ich für mich festgestellt, ich will gar nicht alle Frauen haben. Ich will eine Frau haben, die zu mir als Person passt. Und habe dann für mich ganz klar gesagt, nee, ich will eine Frau, die zu mir passt. Und habe dann ganz klar Filter gesetzt und bin heute überhaupt nicht mehr attraktiv für alle Frauen. Tatsächlich glaube ich nur für relativ wenige, weil ich brauche eine Frau, die selber nachdenken kann. Selber nachdenken kann im Sinne von, die schon viel hinterfragt hat und auf ihre Bedürfnisse hört. Und viele Menschen tun das leider noch nicht in dem Umfang, wie es, glaube ich, erforderlich wäre. Erforderlich wäre im Sinne eines, sag ich jetzt mal, Lebens, was nah am Menschen ist. So würde ich es mal formulieren. Ich mache mal das Beispiel, wir lassen uns, oder es gibt den Trend, dass Instagram viele Depressionen auslöst, weil sich Leute davon sehr stark beeinflussen lassen, weil das nicht vernünftig hinterfragt ist, was da passiert. Das meine ich mit Selbstdenken. Also das mal zu hinterfragen, zu überlegen, tut mir das überhaupt gut? Und dann eine neue Entscheidung zu treffen. Und das passiert halt ganz häufig noch nicht. Und das meine ich mit Selbstdenken. Wobei man natürlich jetzt voraussetzt, dass Leute das wollen. Das müssen die wollen, ganz genau. Was du ja auch gerade sehr klar machst, ist, es hat einen Preis. Auf jeden Fall. Entwicklung ist durchaus auch ein Risiko. Und auch keinesfalls nur angenehm, gerade wenn es ja jetzt immer an heiße Themen geht. Ich für mich habe festgestellt, dass es sich lohnt, das Risiko einzugehen. Deswegen werde ich für im Umfang, glaube ich, auch als mutig bezeichnet. Auch wenn die gar nicht wissen, wie doll ich mich eigentlich manchmal auch in die Hose mache. Also vor einer größeren Intervention. Wenn ich mal wieder, es geht zum Beispiel zum holotropen Atmen, wo ich auch nicht weiß, was passiert. Das ist so eine Atemtechnik, wo man dann auch da wirklich an sehr tiefe Sachen rankommt, wo man dann denkt, oh mein, ich werde jetzt verrückt oder sowas. Und das ist dann auch manchmal unangenehm. Und ja, das hat einen Preis. Und ich sage jetzt mal, in seiner Komfortzone zu bleiben, ist ja auch schön, weil es vertraut ist. Und Vertrautheit ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, auch wenn es ein sehr unterschwelliges Gefühl ist. Und das ist eine persönliche Entscheidung. Und ich kann das gut verstehen, dass man gerne auch im vertrauten Gefilden bleiben möchte. Ich springe mal mit Blick auf die Uhr, weil ich weiß, wir haben doch noch zehn Minuten. Ja. Ich habe ja gesagt, du bist für mich jetzt sozusagen eine TA-Quelle, die ich gerne ein bisschen anzapfen würde. Mhm. Gerne. Ich dachte immer, Transaktionsanalyse ist schon vom Wort her so, dass es im Grunde nicht um einen Menschen geht. Es geht ja immer um mindestens zwei, die was miteinander machen. Könnte man denken, ja. Ist doch dann eigentlich schon systemisch. Also geht Transaktionsanalyse mit einem allein, geht doch gar nicht. Transaktionsanalyse hat viele systemische Komponenten, genauso wie im NLP. Okay, Transaktionen kannst du natürlich aber auch haben, wenn du einen Selbstdialog führst. Hast du halt innere Transaktionen, ja. Also kannst du es schon auch mit dir machen. Also beobachtest dein eigenes Dialog. Meistens kümmert es sich Transaktionsanalyse um miteinander. Ja, ja, ja. Also ursprünglich ist es genauso angelegt, dass also diese verschiedenen Zustände, die wir haben, miteinander in Beziehung treten, zwischen Personen. Genau, und dann macht man schon wieder eine Art System auf. Und der Eric Byrne hat mit dieser Analyse dieser Transaktionen versucht, Kommunikation, oder hat er auch geschafft, hat er ein ganz gutes Stück weit eingeordnet. Also welche Kommunikation es gibt. Da muss man kurz zu benennen, es gibt Gefällekommunikation, das nennt man Eltern-Kind-Transaktion. Und es gibt Erwachsenen-Erwachsenen-Kommunikation. Das sind, sage ich jetzt mal, die Kommunikationen, die im Alltag am häufigsten stattfinden. Ja, und dann gibt es dann noch eine ganze Menge Abwandlungen. Hat dann zum Beispiel beschrieben, wenn jemand eine Frage stellt und jemand beantwortet, nicht so ganz genau. Wie geht es dir? Ja, muss ja, zum Beispiel. Wäre jetzt nicht ganz genau geantwortet. Und solche Einordnungen trifft dann Transaktionsanalyse, was das bedeuten könnte und wie man damit umgehen kann. Ich muss ehrlich sagen, bei Byrne spielt Erwachsene mir nicht ausgestiegen. Also ich habe es versucht zu verstehen. Ich habe es zweimal angefangen. Ich fand es krass kompliziert. Hast du es verstanden? Der Byrne, finde ich, war ein ziemlich schlechter Autor. Also schreiben, finde ich, konnte der nicht besonders gut. Also ich habe mich durchgequält durch seine Bücher, war aber auch keine Freude. Und ich sage mal so, der hat noch, also die klassische Transaktionsanalyse ist für mich auch ein Stück weit zu starr. Also die entwickelt sich ja auch weiter. Es gibt ja, die ist ja auch international organisiert mit einer Weltorganisation und europäischen und Länderorganisationen. Und da gibt es ja auch eine Weiterentwicklung. Also die Originalkonzepte von Byrne werden heute gar nicht mehr so gelehrt. Also nicht von Thealern, die auf Stand der Zeit sind, sondern da sind es auch systemische Aspekte. Da wird inzwischen auch der Kontext berücksichtigt. Weil damals war es immer so, ja, wenn eine elterliche Kommunikation, dann ein Kind. Also ich übertreibe es ein bisschen. Aber da wird heute wesentlich differenzierter geschaut. Ich muss sagen, das Beste an seinem Buch finde ich den Titel, weil den Titel Spiele der Erwachsenen, das finde ich, ist eine Punktlandung. Dieser Gedanke, es ist ein Spiel, es folgt bestimmten Regeln. Und das lädt zu so vielen weiteren Assoziationen ein. Also ich liebe auch den Satz von Jordan Peterson, wo er sagt, das Leben ist ein Spiel, aber es geht nicht darum, dass du diese Runde gewinnst. Es geht darum, dass möglichst viele Menschen mit dir spielen wollen. Also er sagt, es geht darum, das Metaspiel zu gewinnen. Das finde ich so eine großartige Formulierung. Sei der gefragteste Spielpartner. Großartig. Seine Spiele der Erwachsenenbuche ist ja ein Bestseller geworden, weil die Leute dachten, das geht da um Sexanleitungen. Ehrlich? Ja, ja. Deswegen haben das so ganz viele gekauft und haben dann festgestellt, also es ist ja ein Teil davon. Es gibt ja auch diese, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen Sexspiele, wo jemand sich dann zum Beispiel besonders, also offen für sexuelle Handlungen zeigt und dann irgendwie so abblockt und so, ach nee, doch nicht. Und dann sind beide da so, das bezeichnet ja dann so ein psychologisches Spiel ist es ja. In der TA gibt es eigentlich ganz viele Ironien. Also es gibt das Spiel, was ja eigentlich was Schönes ist. In der TA ist das eigentlich überhaupt nichts Schönes. Oder, was hatten wir noch, so Auszahlungen gibt es in der Transaktionsanalyse, wo man denkt, oh man kriegt was, ja man kriegt was Negatives, kriegt man da. Also das ist schon teilweise ganz schön missverständlich, aber dennoch gut greifbar. Also die Transaktionsanalyse ist da selber ein bisschen verspielt auch, finde ich. Ich finde es toll. Also ich finde diese, es gibt ja auch diesen Trend, the inner game of, also diese Spielmetapher, die finde ich, die gibt uns sehr viel als Berater, Psychologen, Coaches und so weiter und so fort, weil es für mich eine wunderbare Metapher ist, die das Regelhafte auf der einen Seite mit dem Flexiblen auf der anderen Seite halt wirklich gut zusammenbringt. Also ich mag die Metapher sehr. Ich auch, ich nutze das auch viel, also ich nenne es immer experimentieren. Also ein bisschen rumprobieren und ja auch, ich sage jetzt mal, seine eigene Kreativität da auch mal ein bisschen kommen zu lassen, finde ich, es ist ein riesen, es ist ein sehr gutes und ein sehr guter Ansatz. Also bin ich bei dir. Ich gucke auf die Uhr, ich weiß, du hast mir am Anfang eine Zeit gesagt. Ich würde gerne einhalten. Ich glaube, wir haben die maximale Menge von Fäden unverknüpft und offen gelassen. Viele Loops, die nicht geschlossen sind. Also ich sage es mal so rum, wenn es dazu jetzt nicht ganz viele E-Mails und Kommentare gibt nach dem Motto, bitte führt das Gespräch weiter und schließt die ganzen Loops, kann man echt nicht helfen. Also ich verstehe dich so, wir würden uns bitten lassen, oder? Also wir werden offen für Wünsche für einen Teil 2. Sehr gerne. Also genau, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du Interessen hast für bestimmte Vertiefungen, gerne. Kommentare kann man, glaube ich, schreiben, ne? Genau. Dann gehen wir doch da gerne drauf ein, oder? Du hast gesagt, du hast einen eigenen Podcast. Ich würde ihn gerne verlinken unter dem Video. Du wirst mir bestimmt die Adresse dann noch geben. Mache ich gerne, genau. Das hat man ja auch an einem guten Mikrofon gleich sofort gemerkt, dass da der Profi am Werk ist. Und dann freue ich mich sehr, also ich habe viele offene Fragen und ich freue mich sehr, wenn es dazu einen zweiten Teil gibt. Ich habe echt Lust drauf. Ich auch, ja. Also vielen Dank für die Einladung und dann, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke ich dir für jetzt. Tschüss. Mach's gut, Ralf. Ciao.